Hi und willkommen zu diesem kleinen Video zum PowerQueen 30 Ampere MPPT Solar Ladecontroller. Ein guter Solar Ladecontroller ist etwas extrem Wichtiges, gerade wenn du so etwas baust, auch wie eine Off-Grid-Solaranlage. Bisher habe ich dafür immer die Victron Energy Modelle verwendet, welche sind halt die meist empfohlenen und auch sehr, sehr gute Ladecontroller. Allerdings sind diese auch in der Regel recht teuer, gerade wenn du die etwas leistungsstärkeren Modelle haben möchtest. So kann der PowerQueen MPPT Solar Ladecontroller bis zu 30 Ampere Leistung liefern, womit dieser schon recht mächtig ist. Damit kannst du dir also schon eine etwas fähigere Off-Grid-Solaranlage aufbauen. Allerdings in der Praxis ist es natürlich immer so eine Sache. Viele der günstigeren Ladecontroller sind nicht das Gelbe vom Ei, so ehrlich müssen wir sein. Ich bin jetzt hier vom PowerQueen Solar Ladecontroller tatsächlich sehr positiv überrascht. Und so verfügt dieser nicht nur über 30 Ampere Leistung, sondern auch über ein Bluetooth-Modul. Klingt sehr, sehr spannend. Schauen wir uns im Test einmal an, wie gut der wirklich ist. Beginnen wir einfach mal mit der Frage, wofür brauchst du überhaupt solch einen Ladecontroller? Dies hier ist kein Ladecontroller, den du für eine Balkonsolaranlage oder ähnliches verwenden möchtest. Denn dieser ist hier komplett unabhängig vom Netz. Du kannst mit diesem jetzt nicht ins Netz einspeisen oder ähnliches. Dieser Ladecontroller eignet sich jetzt beispielsweise für einen Wohnwagen, eine Gartenhütte oder wenn du einfach eine Solaranlage aufbauen möchtest, welche komplett unabhängig vom Netz ist. Dafür brauchst du neben diesem Ladecontroller einfach nur ein Solarpanel und einen 12-Volt-Akku bzw. 24-Volt-Akku. Im Grunde genommen recht simpel. Mit 30 Ampere ist der Powerqueen PQ2430 schon ein etwas mächtiges Modell, was du auch sehen kannst. Das Ding hier ist schon ein größerer Brocken. Wir haben auf der Front zunächst einmal mehrere Anschlüsse. Wir haben die Eingänge für die Solaranlage, wir haben die Eingänge für den Akku und wir haben Lastausgänge. Lastausgänge siehst du in dieser Klasse Solarladecontroller eher selten. Die Lastausgänge lassen sich später steuern, beispielsweise für, in der Regel sagt man halt für Beleuchtung, kannst du aber auch im Grunde genommen für alles verwenden, was du möchtest. Wichtig, die Lastausgänge hier haben nur 20 Ampere, während der Rest 30 Ampere kann. Auf der Front haben wir ein kleines Display. Dieses Display zeigt dir später im Betrieb Leistungswerte an, also wie viel Ampere gerade reingeht, welche Spannung und so weiter. Du kannst auch über das Display halt Einstellungen tätigen, beispielsweise die Einstellung, was für einen Typ Akku hast du hier integriert. Du kannst prinzipiell sehr, sehr viele verschiedene Akkutypen verwenden, allerdings empfiehlt sich natürlich irgendwas mit Lithium-Eisenphosphat. Ich habe jetzt hier einen Powerqueen-Akku stehen, passt natürlich so thematisch ganz gut zusammen, aber du brauchst keinen Powerqueen-Akku. Im Grunde genommen alle Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit 12 bzw. 24 Volt gehen an diesem Ladekontroller und du hast jetzt keinen direkten Vorteil dadurch, dass du jetzt hier einen Powerqueen-Akku verwenden würdest. Also hier sind wir flexibel. Prinzipiell kommt der Ladekontroller auch noch mit klassischen Bleigel-Akkus und so weiter zurecht, aber ganz ehrlich, ich würde nicht mehr auf Bleigel-Akkus gehen. In dem Ladekontroller integriert, beziehungsweise nicht integriert, es liegt ein kleines Modul mit im Lieferfang und zwar ein Bluetooth-Modul. Du kannst diesen Controller auch über eine App steuern, beziehungsweise über eine App Daten aus diesem Auslesen. Um die App einmal vorzuführen, habe ich den Ladekontroller jetzt hier einfach mal an den Akku angeschlossen, kannst sehen, der Ladekontroller zeigt uns jetzt hier an, gerade die Spannung des Akkus, 12,8 Volt, das passt. Damit habe ich auch schon im Grunde genommen fast eine halbe kleine Off-Grid-Solaranlage gebastelt. Du müsstest jetzt hier nur noch ein Solarpanel anschließen und kannst im Grunde genommen loslegen halt im 12-Volt-Spannungsbereich. Auf Seiten des Solarpanels akzeptiert der Ladekontroller bis zu 100 Volt, also du könntest jetzt auch zwei, ich nenne es mal, größere Solarpanels einfach in Reihe schalten. Das passt alles soweit. Schauen wir uns einfach mal die App an. Die App ist, ja, ich nenne es mal vorsichtig gesagt, relativ einfach. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass PowerQueen diesen Ladekontroller hier nicht selbstfertigen wird. Dieser wird wahrscheinlich von einem großen Zulieferer zugekauft, entsprechend halt PowerQueen gebrandet. Und ja, die App sieht daher etwas anders aus. Das ist jetzt ja nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, das tun viele Hersteller und ja, PowerQueen kümmert sich halt um Support und so weiter. Aber die App hebt sich, ich nenne es mal optisch etwas vom Ladekontroller ab, ist auch ein wenig generisch. Sie heißt auch nur Solar-App. Allerdings, so ich nenne es mal rein funktional, geht sie völlig in Ordnung. Das ist jetzt die Startseite. Wir haben jetzt natürlich kein Solarpanel angeschlossen, deswegen sehen wir hier gerade 0 Watt Leistung vom Solarpanel, 0 Volt Spannung auf dem Solarpanel. Aber du kannst hier unten schon sehen, okay, Batterie 12,8 Volt, passt. Und wir können auch sehen Temperatur und den Lastausgang. Den Lastausgang könntest du jetzt hier über die App auch ein- und ausschalten und so weiter. Super. Wir haben auch historische Werte. Und die historischen Werte sind für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das macht die App halt für mich interessant. Und wir können hier bis zu sieben Tage zurückblicken. Das ist ein bisschen schade, weil sieben Tage ist jetzt nicht die Welt. Das ist in Ordnung, damit kann man arbeiten. Aber ja, ich hätte jetzt am liebsten 30 Tage oder mehr gesehen. Aber naja, gut. Ich bin erst mal mit sieben Tagen prinzipiell zufrieden. Allerdings ist hier, zeigt die App hier auch so ein paar raue Kanten. Du kannst es hier sehen, beispielsweise Today und Yesterday sind irgendwie die Werte so ein wenig. Yesterday ist genau genommen ein Tag verschoben. Denn wir haben heute den 27. Und du kannst sehen, irgendwie tauchen hier zwei Tage doppelt auf. Das sind so die kleineren, rauen Kanten, die ich bei der App entdecken konnte. Aber die Zahlen passen und so ganz prinzipiell funktioniert die App und stellt auch aus meiner Sicht einen großen Mehrwert da gegenüber einem, ich nenne es mal in Anführungszeichen dummen Solarlade-Controller, der halt nichts anzeigt. Du kannst in der App auch sehen, welche Leistung insgesamt sozusagen generiert wurde. Hier jetzt in meinem Fall knapp über 20 kW in ein paar Tagen, die ich den Controller jetzt hier nutze. Das haut alles hin. Für die einzelnen Tageswerte kannst du sehen, Höchststand, Akkuspannung, niedrigste Akkuspannung, wie viel Ampere reingegangen ist, wie viele Kilowattstunden reingegangen sind und so weiter. Also alles soweit gut. Du kannst auch ein paar Einstellungen tätigen. Hier unter Parameter kannst du einstellen, okay, was für einen Akkutyp haben wir hier. Bis zum hier unten. Du kannst auch sagen, okay, könntest jetzt sagen, wenn du nicht mit den vollen 30 Ampere laden willst, könntest du hier limitieren. Du kannst die Ladespannungen anpassen und so weiter, Temperaturabschaltung. Du kannst hier auch Einstellungen bezüglich des Lastausgangs anpassen. Also die App ist jetzt soweit in Ordnung. Sie stellt aus meiner Sicht einen großen Mehrwert da. Und ja, ein bisschen schade, dass wir nur sieben Tage Historie haben. Aber ansonsten will ich nicht über die App meckern. Sie ist für mich definitiv ein großer Pluspunkt. Schauen wir uns den Ladekontroller auch einfach mal ganz kurz in Action an. Ich habe ihn jetzt hier, ich setze mal vorsichtig, installiert. Also es hält, es hält. Meine ganze DIY-Solaranlage ist auch ein wenig abenteuerlich. Aber du siehst, es geht Leistung vom Solarpanel in den Akku. Genau genommen kannst du jetzt hier gerade sehen, es gehen vom Solarpanel zum Akku, wie die Icons da oben zeigen, 14, irgendwas Ampere. Wir haben 10 Uhr morgens, also die Werte passen für die Zeit. Ich kann jetzt hier auch noch ein paar andere Werte anzeigen lassen. Beispielsweise Solarpanel hat gerade Spannung Solarpanel 31, irgendwas Volt, Akku 13,7 Volt und ich könnte jetzt hier auch noch Fehlercodes 0 und so weiter. Also man kann hier noch mehr durchschalten. Aber ich finde eigentlich die Anzeige, wie viel Ampere gerade vom Solarpanel zum Akku geht, eigentlich am, ja in Anführungszeichen, spannendsten. Wir können uns auch einfach mal die App ganz kurz ansehen. Das ist jetzt hier gerade sozusagen die App-Live-Ansicht. Und du kannst sehen, 211 bzw. 204 Watt. Und ja, an sich haben wir da alle Werte. Ich habe jetzt hier unten auch mal Last verbunden. Da hängen jetzt gerade nur 4 Watt dran. Aber du kannst auch sehen, er zeichnet auch die Lastwerte sozusagen mit. Die waren eben noch leer bei meinem Video, weil ich habe die Last jetzt gerade erst sozusagen über die Last verbunden, über den Lastausgang. Früher habe ich die halt direkt am Akku hängen gehabt. Aber du kannst sehen, die App ist hier. Man kann auch manuell refreshen. Aber im Allgemeinen kannst du sehen, die Werte updaten alle paar Sekunden oder so. Kannst du sehen, springen sie ein bisschen hin und her. Also das Update-Intervall, der live an sich, ist auch, ja, ich würde sagen, relativ flott. Neben dem Display haben wir hier oben auch noch die LEDs. Die sind so schnelle Status-LEDs, ob halt irgendwie ein Fehler vorliegt oder sowas. Am spannendsten, finde ich, ist die oberste, weil wenn die halt blinkt, dann ist der Akku voll. Und ja, Solarpanel könnte eigentlich mehr Energie liefern, als gerade irgendwie verbraucht wird oder aufgenommen wird. Was halt bei einer Off-Grid-Solaranlage halt eine sehr, sehr wichtige Information ist. Kommen wir zu den Leistungswerten. Ich benutze diesen Ladekontroller jetzt seit einigen Tagen in Kombination mit zwei 100 Ampere Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, welche ich parallel geschaltet habe. Also ich benutze weiterhin ein 12-Volt-System, wie auch einem 380 Watt-Jahr-Solarpanel, welches bei mir einfach auf dem Carport liegt. Das Solarpanel ist entsprechend nicht gut Richtung Sonne ausgerichtet, sondern liegt relativ flach. Ich habe es nur so ganz leicht angewinkelt. Also nicht die, ich nenne es mal, optimale Energieausbeute. Wir sind derzeit im Spätfrühling, also was die Sonne angeht, schon ziemlich optimal. An einem guten Tag kriege ich mit diesem Ladekontroller so circa 1,6 bis 1,9 kW an dem 380 Watt-Solarpanel generiert. Das ist super. Das ist ein hervorragender Wert. Solch einen guten Wert hatte ich bisher mit meiner Off-Grid-Solaranlage noch nie. Was nicht verwundert, das hier ist ja nur ein 15-Ampere-Solar-Controller, den ich bisher verwendet habe. Das Ding hat 30 Ampere. Also von daher sind die höheren Werte nicht ganz unerwartet. Dabei scheint der Solarkontroller aber allgemein recht effizient zu sein. Also ich finde es schön, dass ich hier dieses Display habe, wo ich dann auch die Leistungswerte so ein bisschen sehen kann und nicht wie bei diesem Ladekontroller, wo man halt wirklich immer zur App greifen muss. Und auch bei, ich nenne es mal, Bewölkung oder Schattierung usw., macht der hier tatsächlich einen sehr, sehr guten Job. Auch was die Spitzenleistung angeht. Da habe ich in der Regel so bei dem 380-Watt-Panel so 320 bis 340 Watt, was absolut zufriedenstellend ist. Und ja, die Werte stimmen. Also ich habe hier mit dem Multimeter usw. nachgemessen, die angezeigten Werte. Das passt alles. Aufgrund des 12-Volt-Systems sind wir natürlich hier auch etwas limitiert. 30 Ampere ist nicht wenig, aber darfst du jetzt auch nicht vergessen, ja, der Hersteller sagt so maximal 400 Watt. Das ist die absolute Spitzenleistung halt mit einem 12-Volt-System. Bleibe ich jetzt natürlich mit meinem 380-Watt-Solar-Panel etwas drunter. Ich plane hier einfach, weil Solar-Panels derzeit so günstig sind, noch ein zweites dazu zu legen. Entsprechend wären wir dann schon wieder von den 30 Ampere limitiert, aber das geht halt in Ordnung. Zwei Solar-Panels machen dann mehr Sinn halt gerade, wenn es bewölkt ist. An einem 24-Volt-System, wir hätten wir natürlich nicht dieses 400-Watt-Limit, sondern, ja, laut Hersteller so ein knappes 800-Watt-Limit. Also musstest du dir überlegen, wenn du halt wirklich, ich nenne es mal, die optimale Leistung haben willst, ob du nicht zwei solche Akkus halt in Reihe schaltest beziehungsweise direkt einen 24-Volt-Akku kaufst. Allerdings halt, ich bin mit der Leistung des Ladecontrollers sehr zufrieden. Dieser hat bei mir im Test auch kein zickiges Verhalten gezeigt. Also ich hatte keine Abstürze, der Controller ist nicht hängen geblieben oder hat irgendwie, was weiß ich, das BMS beim Akku ausgelöst oder ähnliches. Damit hatte ich absolut null Probleme. Ich hatte einmal, ich nenne es mal, wo ich manuell eingreifen musste, aber das war meine eigene Schuld. Ich habe bisher den Lastausgang an diesem Ladecontroller nicht verwendet, sondern habe alle meine Geräte sozusagen direkt an die Akkus gehängt. Dabei habe ich einmal die Akkus aus Versehen so weit tiefen entladen, dass das BMS halt im Akku eingegriffen hat. Das fand der Ladecontroller jetzt nicht so cool. Dann ist er direkt auf Störung gegangen und ich musste dann halt einmal die Akkus trennen und wieder neu verbinden. Erst dann wollte er diese wieder laden. Also wenn das BMS-Modul sozusagen in den Akkus halt komplett abschaltet, dann musst du einmal den Controller sozusagen neu starten. Aber dafür kann dieser nichts. Ich habe ja nicht über den Lastausgang entladen. Und ja, eigentlich sollte ich auch nicht so tief entladen, dass das BMS-Modul triggert. Da sollte man irgendwie im Zweifelsfall sowas wie einen Batteriewächter verwenden oder halt die Lastausgänge, wenn dir hier die 20 Ampere Leistung dafür reichen. Kommen wir damit auch zum Fazit zum Powerqueen MPPT Solarladecontroller. Ich bin mit diesem sehr zufrieden. Ich nutze diesen jetzt in meinem Büro an meiner kleinen, ich jetzt mal bastel Off-Grid-Solaranlage, die ich halt benutze. Und beispielsweise, ja, ich teste halt für Tech-Test sehr, sehr viele solche Akkus und Powerstations, Powerbanks und so weiter. Und die lade ich halt einfach an solch einer Off-Grid-Solaranlage, was auch wunderbar klappt. Mit 30 Ampere hat diese hier auch schon, ich nenne es mal, relativ viel Leistung. Kannst halt im 12-Volt-System, ja, mit maximal um die 400 Watt Leistung halt effektiv in der Spitze rechnen, was für mich absolut passt. Dabei macht vor allem der Powerqueen-Solarladekontroller einen, ja, wertigen Ein. Du kannst dir das ansehen, das Gerät sieht durchaus schick aus. Es sind auch so Kleinigkeiten. Die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Wie beispielsweise die Terminals, die sehr, sehr groß sind. Also das kann man hier schlecht erkennen, aber das sind dicke Terminals. Da kannst du auch richtig dicke Kabel reinpacken. Während beispielsweise bei vielen der Victron Energy-Solarladekontroller, das sind alles so winzige Terminals. Klar, das ist hier jetzt nur ein 15 Ampere, aber selbst das 20 Ampere-Modell, das ich auch von Ihnen habe, das sind klitzekleine Terminals. Das hier, das wirkt einfach ein bisschen, ja, kräftiger, stabiler, nenne ich es mal. Was mir sehr gefällt, was mich auch ein wenig überrascht hat. Auch die Anleitung. Ich habe jetzt hier leider gerade nur die englische Anleitung. Es gibt auch eine deutsche Anleitung, die mit im Lieferfang ist. Die ist super. Also das wirkt alles tatsächlich gut gemacht und wertig. Also da war ich tatsächlich mehr als positiv überrascht. Also der Qualitätseindruck dieses Ladekontrollers ist absolut stimmig. Auch die Leistung. Wie gesagt, mit einem 380 Watt Solarpanel, knapp 1,9 kW in einem schönen Frühlingstag. Super passt. Nicht überraschend. Wir haben ja hier die bessere, nenne ich es mal, MPPT-Technologie. Die halt, ja, wird auch von großen Solaranlagen verwendet. Verglichen mit den, ja, ganz billigen Solarladekontrollern, die dann halt PWM-Technik nutzen. Gerade auch bei, ich nenne es mal, Bewölkung und so weiter, ist dieser Solarladekontroller wirklich gut. Er holt sehr, sehr viel Energie weiterhin aus dem Panel raus und ich bin absolut zufrieden. Er funktioniert einfach. Er ist bei mir nicht zickig. Er hat das BMS bisher noch nicht, ich nenne es mal, getriggert, dadurch, dass irgendwie eine Überspannung oder sowas entstanden ist. Nein, überhaupt keine Probleme. Auch das Display, das integriert ist, das mir so auf die Schnelle direkt sagt, okay, alles in Ordnung. Hier oben die Status-LEDs, beispielsweise, wenn die obere LED blinkt, heißt das so viel wie, die Akkus sind voll, benutzt irgendwie Energie, sonst verschwendest du was. Auch der App-Support. Ja, die App ist jetzt nicht absolute Weltklasse. Ich finde es vor allen Dingen schade, dass wir nur sieben Tage Historie haben und so weiter. Aber, ja, besser ein App-Support als kein App-Support. Gerade halt, Statistiken sind immer schön, auch wenn sie halt nur sieben Tage sind. Ich kann jetzt hier sehen, halt, wie viel Energie hat der Controller jetzt, ich nenne es mal, insgesamt eingebracht. Und so weiter. Und, ja, wie gesagt, man könnte an der App noch was ausbauen. Längere historische Werte. Selbst wenn dieser kleine Bluetooth-Modul hier nur sieben Tage speichern kann, könnte man ja im Grunde genommen in der App dann halt die weitere sieben Tage speichern. Muss man halt alle sieben Tage abrufen oder sowas. Schade, dass das nicht geht. Aber ansonsten bin ich wirklich zufrieden mit dem Ding. Funktioniert bei mir einwandfrei. Und ich denke, ja, ich würde diesen Ladekontroller auch durchaus als wirkliche Empfehlung, beziehungsweise als gute Alternative zu den Victron Energy Modellen empfehlen. Bin absolut zufrieden. Und, ja, bisher keine Probleme. Und ich denke, damit beende ich auch so langsam das Video. Wenn du noch Fragen hast, hau sie in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.